Hallo, liebe Deutschlernende! Falls du es noch nicht weißt, der Authentic German Learning Podcast ist nun endlich veröffentlicht! Du kannst jetzt den Authentic German Learning Podcast dir anhören und es würde mir echt sehr viel bedeuten, wenn du mir eine Rezension hinterlassen könntest. Besuche AuthenticGermanLearning.com schrägstrich listen schrägstrich listen und dort findest du alle Informationen über den Podcast, wie du ihn abonnieren kannst und dort findest du auch einen Link. Dort findest du einen großen Button zu einer Seite, die dir erklären wird, wie du den Authentic German Learning Podcast rezensieren kannst, wie du eine Rezension, wie du eine Bewertung hinterlassen kannst und es würde mir echt sehr viel bedeuten, wenn du den Podcast rezensieren könntest, denn wenn du den Podcast bewertest, dann erfahren so auch andere Leute mehr über diesen Podcast, mehr Leute finden diesen Podcast, mehr Leute können diesen Podcast hören und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde es echt, das fände ich echt total super, wenn du eine Bewertung hinterlassen könntest. Ja, ich bitte oft um Spenden AuthenticGermanLearning.com schrägstrich donate, aber wenn du kein Geld hast, dann ist das Zweitbeste, was du für mich tun könntest, diesen Podcast zu bewerten, sodass noch mehr Leute ihn hören. Ja, das fände ich echt super, das wäre echt total toll und wir sehen uns morgen. Vielen Dank im Voraus. Wie gesagt, AuthenticGermanLearning.com schrägstrich listen L-I-S-T-E-N Bis dann. Tschüss. Bis morgen. dass wir uns jetzt informiert, dass wir uns also acht cupcakes abholt haben.